So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Das Go-Fest ist zu Ende, alle Go-Feste sind zu Ende, die Go-Fest-Jahreszeit ist zu Ende, es war nicht mal eine Jahreszeit, aber trotzdem, wir hatten das weltweite Go-Fest, was wir in Gera gespielt haben, beim Thomas, wir hatten das Go-Fest Berlin, das Go-Fest Siedl, das Go-Fest Sapporo, das Abschluss-Event zum Go-Fest, alles ist vorbei, guckt euch nochmal dieses schöne Hintergrundbild an, eigentlich war das andersrum, Schabelle war auf der linken Seite, kann ich absolut nicht ausstehen, das Teil Mosquito, Mosquito ist der Boss, Mosquito muss jetzt links stehen. Ich habe noch gar nicht so viel über das Abschluss-Event vom Go-Fest geredet, ich habe gezeigt, dass ich das jetzt mit dem Icognito gebacken bekommen habe, gleichzeitig sehe ich, dass der Bildschirm hier schon wieder hängt, jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, was das ist. Wer es noch nicht gehört oder gesehen hat, guckt euch das nochmal an, ich habe sie jetzt alle, alle shiny Icognitos zusammen, da ich bin schon wieder weiter, jetzt muss ich wieder warten. Alle shiny Icognito, das war aber auch nur übers Tauschen möglich, ich selber habe eigentlich so gut wie nie Glück, deswegen bin ich immer auf andere Leute angewiesen, aber es gibt ja viele Leute gerade aus der Community, die einem helfen wollen oder die man reich belohnen kann, ich habe immer viel Tauschmaterial und dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich gebe dir ein shiny Buchstaben und dafür gibst du mir aber zehn shiny Buchstaben und dann sagst du, ja okay, das machen wir und schon kriegst du den letzten, der dir noch fehlt. Wir haben also das A, das B, das C, das D, das E, das F, das G, das I, das J, das L, das N, das O, das P, das R, das S, das T, das U, das V, das X, X, wohl mittlerweile der interessanteste Buchstabe und wenn man jetzt mal hier reinguckt auf den Pokédex, seht ihr, eigentlich fehlt gefühlt nur noch das Fragezeichen bei den normalen, was es ja nur einmal in Chicago gab, beim Go-Fest, beim allerersten und bei den shiny Buchstaben fehlen auch nicht mehr so viele. Also ich war selbst überrascht zu sehen, wie viele shiny, ikognitos es schon gibt, verschiedene, und dass es gar nicht mehr so viel ist, was jetzt noch aussteht. Ansonsten habe ich eigentlich noch nichts vom Go-Fest Abschluss-Event gezeigt oder gesagt, ich habe mir aber hier einen Tag gemacht und ich möchte heute auch wieder ein Gewinnspiel machen, weil es ist ja Dienstag und wenn wir Gewinnspiele gemacht haben, haben wir die ja immer am Dienstag gemacht. Ich habe zum Go-Fest ganz viele Einladungen bekommen, ganz viele Leute haben gesagt, oh, den Ramses, den laden wir ein, vielleicht lag es auch einfach daran, weil man mit der Null vorne dran einfach immer ganz oben steht bei den Freunden und die Leute einfach die fünf Ersten immer eingeladen haben und so war man theoretisch immer dabei. Ich habe keine einzige Einladung angenommen beim Go-Fest für Raids, ich habe keine Fan-Raids gemacht während des Go-Festes. Ich habe ja vorher gesagt, ich werde nicht raiden. Ich möchte mich aufs Fangen konzentrieren, dass ich die Shiny-Ikognitos zusammenkriege. Hat nicht geklappt, jetzt habe ich sie doch. Ich hätte also eigentlich auch raiden können, aber ich denke mal, die werden ja irgendwann wiederkommen. Die werden irgendwann wiederkommen in Raids, wo du vielleicht eine Woche die in den Raid drin hast und kannst die raiden, irgendwann müssen die auch als Shiny eingeführt werden, dann kannst du die raiden. Das sind coole Pokémon zum Teil, ja, aber ich wollte trotzdem es nicht übertreiben. Ich habe gesagt, ich kriege mit meinem Ticket neun freie Pässe. Ich werde also versuchen, Schabelle, Mosquito, Voltriant, alle drei, jeweils mit drei, guck drei, alle drei zu raiden, aber jeder kriegt nur drei Pässe ab. Dann sind die neun Pässe weg. Anego wollte ich nicht raiden, obwohl das eigentlich der stärkste ist, weil das ja zum weltweiten Go-Fest schon am zweiten Tag extra überall in Raids war und die Leute da schon drauf geknüppelt haben. Die gab es das allererste Mal in Raids und deswegen habe ich gedacht, 3-3-3 passt. Dieses Voltriant, was ich hier habe, das ist das, was ich im Urlaub gefangen habe beim Sapporo-Entschädigungsevent, wo es die Leute wieder nicht mitgekriegt haben, aber ihr seht das, das ist nicht a Spoof, das ist wirklich im Urlaub abgeholt, Saalburg, Thüringen. Habe ich auch ein Video dazu gemacht auf dem Kanal. Ist eben aus der Forschung, nicht a Spoof, einfach so hin und her und die anderen sind, ja die anderen sind, ich habe 4 gemacht, sehe ich gerade. Ich habe 4 Raids von Voltrian gemacht, statt 3, Schande über meinen Haupt. Das Beste ist dabei dieses geworden, 22-30 mit 15-13-14, hat auch Wetterboost. Hat das überhaupt Wetterboost? Warte mal, wenn das aus der Forschung kam, ist das 15, die sind dann 20, ja, nee, mit Wetterboost müsstest du dann, ach, ich habe keine Ahnung, ist das, das ist 20, das ist 20, das ist 15, ja, das passt so, also Wetterboost wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich habe ein zweites aus der Forschung, was ihr hier drüben seht, das lag daran, weil Leute, die das weltweite GoFace-Ticket hatten, haben ja auch zum Abschluss-Event das Ticket gratis bekommen, andere mussten es sich kaufen und in dieser Forschung mit dem Ticket gab es ja nochmal eine Spezialforschung, die in drei Teile, also es waren sechs Kapitel, aber das immer zwei Kapitel konnte man machen, alle zwei Stunden kamen die nächsten zwei dazu und da habt ihr Voltrian, Chabelle und Maskito nochmal bekommen aus der Forschung, habt Shaman nochmal bekommen aus der Forschung, habt Anego nochmal bekommen aus der Forschung, ihr musstet also nicht mal raiden, hättet aber trotzdem alle Ultra-Bestien zum GoFest bekommen, deswegen habe ich zwei aus der Forschung, vier aus Raids, Chabelle hingegen habe ich jetzt hier, da waren wir in Berlin beim GoFace direkt live vor Ort, da habe ich das ja auch im Video gezeigt, zwei der Siebter hier, okay Berlin, das passt, also eins aus der Forschung bekommen in Berlin, das daneben 1186 aus der Forschung bekommen, jetzt mit dem Ticket und dann drei Raids gemacht, ich habe drei Raids mit Chabelle gemacht 1615 ist das Beste, was ich dabei bekommen habe, ist ein 98er mit 151415, Leute haben gesagt, das konnte man auch solo machen, habe ich gar nicht ausprobiert, ist für mich trotzdem, weiß ich nicht, wie findet ihr Chabelle, wie viele Chabelle Raids habt ihr gemacht, was ist euer bestes Chabelle, wie viele Voltrian Raids habt ihr gemacht, was ist euer bestes Voltrian, was ist euer bestes Mosquito, welches habt ihr am meisten geradet, Mosquito auch hier eins bekommen, eben aus dieser Forschung, die es gab, mit 1430 war nicht so gut und von Voltrian habe ich, ey, ich habe sogar fünf Raids gemacht und das war hier mein bestes, mit 141413 finde ich immer noch genial, Mosquito da hätte ich gerne ein Hunderter, aber ich will warten, ich will warten, bis der wirklich mal zurückkommt und man den so irgendwie dann gemütlich raiden kann, Anego sind hier ein paar drin, auch aus Forschung, auch aus, äh, ja, ich glaube, eine Forschung damals auch, dann eine Forschung jetzt, dann gab es die normalen aus den Raids, ohne Wetterboost und dann gab es die mit Wetterboost, das heißt, theoretisch, die müssten alle aus Gera sein oder auch aus Fanraids zum Teil, 2803 ist das Beste, was ich hier habe, ist leider ein 93er nur, oder, müsste 93er sein, Gera, fünfter, sechser, da seht ihr auch das Datum nochmal, also das passt auch, Anego, ja, eigentlich das Beste, das Heftigste, diese Qualle, aber wie gesagt, mein Favorit ist Mosquito, Somnium, Somnium gab es als neues Shiny, sieht so aus, ne, Bildschirm hängt wieder, geh nochmal zurück, Somnium gab es als neues Shiny, ist gelb, möchte ich noch entwickeln, jetzt hier in dem Video, sobald der Bildschirm sich wieder gefangen hat, so, das ist Somnium, ich habe hier drei Stück, das höchste Somnium werde ich jetzt entwickeln, mit diesem Einhaltsstein, nein, und jetzt hängt es wieder, gerade jetzt, wo es entwickelt wird, das ist doch das Wichtigste, guck dir das doch an, da kommt es raus, ich weiß nicht mal, wie es heißt, Somnivora, Somnivora, entwickelt, Shiny, richtig stark, guck dir das an, 1882, aber der Bildschirm hängt, er hängt, er hängt, er hängt, er hängt einfach weiter, habt ihr einen Shiny, Somnium bekommen, habt ihr eins entwickelt, habt ihr sonst was gemacht, nächstes Thema, Shaman, in Gera, beim weltweiten Go Fest, was wir in Gera gespielt haben, konnte man ein Shaman, dieses in der, das ist die Landform, ja, ist das die Landform, man konnte auf jeden Fall dieses Meerschweinchen, was eigentlich ein Igel sein soll, oder sonst was, bekommen, das haben wir in Gera uns geholt, das fand ich übelst süß, wenn wir das, müsste auch Gera dran stehen, Gera für das Sechster, genau, dann, in Berlin, gab es die Forschung, es hängt schon wieder, in Berlin gab es die Forschung, da hast du das Shaman, als Zenitform gehabt, konntest du abholen, werdet ihr auch gleich sehen, wie gut das ist, das ist das Berliner, zweiter, siebter in Berlin, ja, und jetzt konnte man natürlich, durch diese Spezialforschung, zum Abschluss Event, noch ein drittes bekommen, erst mal, eigentlich die Zenitform, ihr konntet aber die Form ändern, und ich habe die Form geändert, ihr habt unter dem Power-Up-Button, den Button Form ändern, und weil dieses, mein Bestes war, von allen, mit 13, 15, 12, ich das Meerschweinchen so genial finde, diesen Igel, habe ich die Zenitform in die Landform zurück geändert, damit ich jetzt einfach ein besseres Meerschweinchen habe, normalerweise könnte man, wenn man jetzt in Sapporo und in, ähm, also Jettl auch gespielt hat, nochmal zweimal die Zenitform bekommen haben, hätte also insgesamt fünfmal Zenit, oder fünf Meerschweinchen, oder 1 zu 4, 3 zu 2, wie auch immer, ihr könnt insgesamt fünf Stück davon haben, dann, gab es natürlich noch Pikachu, shiny Pikachu, mit diesem, Shaman Zenitform Schal, was es anhat, ich habe da hier, es hängt, es hängt, es hängt, sechs Stück habe ich jetzt hier, eins für mich, fünf für euch, und das ist das Gewinnspiel, auch in was es heute geht, ich habe nämlich einige Leute gelesen, die auch gesagt haben, mein Ziel ist Pikachu, ich habe leider kein Pikachu bekommen, ich möchte so ein Pikachu irgendwann mal haben, ihr seht ja auch, das ist weiblich, weiblich, männlich, weil hier ist ja so dieses, der Schwanz ist ja wie so ein Herz hinten, ne, mit so zwei Knubbel, hier ist er gezackt, also männlich, und das soll das Gewinnspiel sein für heute, weil Dienstag, Gewinnspiel, eine Woche Zeit zum Mitmachen, bis Montag, Montag Auflösung, im Stream, chill mit Ramses, ihr wisst eigentlich, was ihr immer machen müsst zum Mitmachen, oder, soll ich die Regeln alle nochmal erklären? Das ist das Gewinnspiel Video, falls ihr kein shiny Pikachu bekommen habt, das aber irgendwie cool findet, und bekommen möchtet, oder noch gewinnen wollt, dann schreibt einen Kommentar unter dieses Video, was in dem Kommentar drin steht, sage ich euch gleich, alle, die einen Kommentar schreiben, können an der Verlosung teilnehmen, Einsendeschluss ist Montag, 21 Uhr, Montag ab 20 Uhr, machen wir chill mit Ramses, 21 Uhr im Stream, ist die Verlosung für dieses Gewinnspiel, ihr müsst im Stream anwesend sein, wenn ihr gezogen werdet, dass ihr bestätigen könnt, dass ihr das seid, und den Kontakt mit mir aufnehmen, ihr sagt mir dann, was ihr habt, Instagram, Facebook, Telegram, ansonsten was, damit sich nicht irgendwelche Fakes melden, so, das ist eigentlich alles, also einfach hier einen Kommentar drunter schreiben, mitmachen, Montag 21 Uhr wird ausgelost, ab 20 Uhr kann man schon reinkommen, da ist schon Einlass, ja, ähm, fünf Stück werden verlost, wir werden fünf Leute ziehen, aber der Kommentar muss passen, schreibt einen Kommentar, wieder mit euren Angaben, erstens, im Kommentar, wie ist euer Trainername, wie heißt ihr, das ist wichtig zum Zuordnen, dass ihr wirklich ihr seid, wie ist euer Trainername, gebt euren Trainernamen an, zweitens, habt ihr schon ein Shiny Pikachu registriert, ja nein, das ist für mich wichtig, wegen dem Tausch, weil wer noch gar keinen Shiny hat, und neu befreundet wäre, mit dem müsste man erstmal 30 Tage leveln, bevor man dann tauschen kann, jemand, der schon irgendein anderes Shiny Pikachu hat, dann ist egal, ob ihr schon mit mir befreundet seid oder nicht, da ist der Tausch trotzdem relativ günstig, kostet dann maximal 20.000 Staub, und sonst nix, also passt, also Trainername, habt ihr schon ein Shiny Pikachu registriert, oder nicht, und drittens, packt halt ein Hashtag rein, Seamus heißt er hier, warum heißt er Seamus, es war das Go-Fest, es ging um Shamin, Shamin, fand ich richtig genial, haben wir gehandelt, bei Perle, dann habe ich immer gesagt, guck mal, der kleine Seamus, Seamus an sich ist aber eigentlich ein Wrestler bei der WWE, der jetzt bald ein großes Match hat, Seamus von der WWE, und weil mich Shamin und Seamus, sie kommen so zusammen, und er hier hat ja diesen Seamus Schal, äh, den Seamenschal, deswegen heißt unser Hashtag von Pikachu diesmal Seamus, schreibt den bitte genauso, wie es hier steht, achtet auch auf die Zahlen, achtet auf die Großbuchstaben, die kleinen Buchstaben, und mehr ist es eigentlich nicht, ihr könnt gerne natürlich in euren Kommentar, wenn ihr eure Ausbeute auch noch zeigen wollt, sagen wollt, ausführlich schreiben, optional, was ihr so bekommen habt, wie ihr das Go-Fest fandet, ob ihr Bock habt auf nächstes Jahr, ob ihr es total bereut habt, ob ihr euch ein Ticket gekauft habt, oder ohne Ticket gespielt habt, trotzdem eine gute Ausbeute habt, also, In-Game-Name, habt ihr schon ein Shiny registriert, ja oder nein, von Pikachu, von irgendeinem, das muss nicht das sein, und optional könnt ihr einen Riesentext schreiben, überhaupt, hab ja gefragt auch, welches euer beste, Ultra-Best hier jetzt ist, wie viele Rates ihr gemacht habt, aber am Ende bitte den Hashtag hin, und so weiter, dann könnt ihr dabei sein, dann könnt ihr mitmachen, ansonsten sehen wir uns am Montag wieder, 21 Uhr, in der Verlosung, das war's, von meiner Seite aus, wir warten immer noch alle gespannt, auf die News, auf die September-News, den September-Event-Kalender, die Ankündigung der Jahreszeit, was da jetzt nun alles drin ist, ich hab bisher noch kein Video gemacht, ich spring nicht auf den Hype-Train auf, ich warte bis das da ist, und man direkt die Fakten hat, anstatt alles zuzumüllen, dafür sowas hier für zwischendurch, ansonsten, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, Ciao!